Musik Ein Hilferuf aus Deutschland Ferdinand von Fürstenberg, der Geheimkämmerer Papst Alexanders VII., dürfte nicht wenig gestaunt haben, als ihn Mitte August 1657 in Rom ein dickes Briefpaket aus seiner Heimat Westfalen erreichte. Absender war der Fürstbischof von Paderborn, Dietrich Adolf von der Recke. Der brauchte dringend Hilfe, genauer einen guten Rat. In seinem Bistum war nämlich buchstäblich der Teufel los. Hunderte von Besessenen, meist weibliche Jugendliche, aber auch Männer machten die Straßen unsicher. Bei ihren Anfällen behaupteten sie, Teufel hätten von ihnen Besitz ergriffen und dies sei die Schuld von Hexen, die ihnen die Dämonen in den Leib gezaubert hätten. Die Besessenen würden ihre Plagegeister erst los, wenn die Schuldigen vor Gericht gestellt und am Ende auf dem Scheiterhaufen verbrannt würden. Erste Handgreiflichkeiten gegen die vermeintlichen Hexen waren Vorboten einer drohenden Lündjustiz. Für Hexenprozesse war Dietrich Adolf nicht in seiner Eigenschaft als Bischof zuständig, sondern als weltlicher Landesherr. Denn Schadenszauber, der Kern der Hexerei, wurde in Deutschland in der Neuzeit aufgrund staatlichen Rechts verfolgt. Der Bischof zögerte. Nicht, dass er grundsätzlich den Glauben an Hexen in Zweifel gezogen hätte. Aber verbarg sich in den angeblich Besessenen wirklich der Teufel? Waren es nicht vielmehr Simulanten, die auf sich aufmerksam machen wollten? Die auf Mitleid, aber auch handfeste Vorteile in Form von Almosen und Geschenken spekulierten? Und gesetzt den Fall, die Dämonen hatten sie tatsächlich unter ihrer Fuchtel. War dann sicher, dass sie die Wahrheit sagten, wenn sie bestimmte Personen als Hexen denunzierten? Wollte der Teufel, der Vater der Lügen, nicht Unschuldige ins Verderben stürzen? Steckten die Besessenen nicht mit den Dämonen unter einer Decke? Waren sie, statt Opfer zu sein, in Wirklichkeit Mittäter? Verbündete des Teufels? Hexen? Wie sein Briefpartner bezweifelte der Bischof nicht, was seit dem Spätmittelalter viele Christen in Europa glaubten. Es gibt Menschen, hauptsächlich Frauen, die einen Pakt mit dem Teufel schließen. Sie wenden sich von Gott, seinen Heiligen und seiner Kirche ab und verschreiben stattdessen ihre Seele dem Satan, dem sie sich auch sexuell hingeben. Als Gegenleistung erhalten sie übermenschliche Fähigkeiten. Sie können fortan, nachdem sie sich mit einer geheimnisvollen Salbe eingeschmiert haben, auf Mistgabeln, Besen, Ziegenböcken durch die Lüfte zum Hexensabbat reiten. Der Hexensabbat ist ein großes Treffen vieler Hexen und Dämonen, eine gewaltige Orgie, auf der Böses ausgeheckt wird, vor allem Unwetter und Brandstiftungen. Die Hexen verüben Anschläge auf Menschen und Tiere mit Hilfe von Gift, das die Teufel ihren Anhängern geben. Das Gift wird, so glaubte man, der Nahrung beigemischt und so können auch Dämonen in die Körper der Menschen gelangen. Wer die Möglichkeit von Hexerei bestritt, wurde als Ketzer verfolgt. Ferdinand von Fürstenberg hatte umso weniger Zweifel, als seine Familie führend an dem Versuch, dieses teuflische Laster auszurotten, beteiligt gewesen war. 1626 geboren, war er nicht nur während des Dreißigjährigen Krieges, sondern zur Zeit der größten Hexenverfolgungswelle überhaupt aufgewachsen. Sie suchte zwischen 1626 und 1631 vornehmlich die geistlichen Fürstentümer in Deutschland ein, mit Hunderten von Toten allein schon in Ferdinands Heimat, dem Sauerland. Der Zeitgeist konnte aber nicht jeden verblenden. Um 1630 auf dem Höhepunkt der Hexenjagd im katholischen Deutschland schrieb Friedrich Spee, Jesuit und Theologieprofessor, an der Universität seines Ordens in Paderborn die berühmte Kampfschrift gegen die Hexenprozesse, Cautio Criminalis. Magie in Antike und Mittelalter Das Mittelalter, also die Zeit von 500 bis 1500, war nicht so finster wie sein Ruf. Schädigende Magie, oder was man dafür hielt, wurde zu allen Zeiten und in allen Kulturen verfolgt, schon in der Antike und noch heute in Afrika. Prozesse gegen Hexen im engeren Sinne gab es erst seit dem 15. Jahrhundert, also dem ausgehenden Mittelalter. Die meisten Hinrichtungen fanden in der Neuzeit zwischen 1560 und 1700 statt. Richtig ist lediglich, dass das neue Bild der Hexe mit den Elementen Zauberei, Teufelspakt, Teufelsbuhlschaft, Hexenflug und Hexensabbat in dieser Konzentration im Spätmittelalter entstand. Magie, weiße, heilende und schwarze, schädigende, war und ist in vielen Kulturen verbreitet. Schon einige der frühesten Schriftzeugnisse der Menschheit, babylonisch-assyrische Keilschrifttexte, haben die Bekämpfung von gesundheitsschädlichem Zauber zum Thema. Ähnliches gilt für Ägypten. Dies spiegelt sich noch im Alten Testament wieder. Als Theologe kannte Ferdinand von Fürstenberg die berühmte Stelle im zweiten Buch Moses, die Martin Luther so übersetzte. Die Zauberinnen sollst du nicht leben lassen. Im Neuen Testament werden Frauen nicht mit Magie in Verbindung gebracht. Dem Neugeborenen Jesus huldigen männliche Magier, die weisen Sterndeuter aus dem Osten, die später zu den Heiligen Drei Königen umgedeutet wurden. An vielen Stellen der Evangelien und der Apostelgeschichte kommen aber böse Geister vor, stumme oder redende. Sie kennen anders als die Menschen verborgene Dinge, hier die wahre, göttliche Natur von Jesus, weshalb er ihnen zu schweigen gebietet. Jesus treibt die bösen Geister aus und gibt seine Macht über sie weiter. Auch der Apostel Paulus verfügte über die Gabe des Exorzismus. Hexen, wie sie sich die Menschen des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit vorstellten, gab es in der Antike nicht, aber zahlreiche Formen von Magie. Ein Gesetz des römischen Diktators Sulla sah die Todesstrafe für Giftmischer, Gifthändler und Zauberer vor. Auch die Edikte der Kaiser, sowohl der heidnischen als auch der christlichen, richteten sich gegen Schadenzauber, besonders Giftmischerei. Gegen Magier durfte die Folter angewandt werden. Einem Haruspex, einem Astrologen oder Wahrsager, der verbotene Künste zum Beispiel Traumdeutung ausübte, wurde im kaiserlichen Recht der Tod auf dem Scheiterhaufen angedroht. Folter und Feuerstrafe für Zauberer sind also keine Erfindung des Mittelalters, sondern der Antike. Bei den Germanen war stärker als bei den Römern der Glaube an blutsaugende und menschenfressende Frauen verbreitet. Darüber hinaus wirkte sich langfristig die Vorstellung aus, Frauen flögen nachts durch die Luft, um sich mit ihresgleichen zu treffen. Die mittelalterliche Kirche hielt es für Aberglauben, dass bestimmte Frauen fliegen könnten. Wer ist denn nicht schon in Träumen und nächtlichen Visionen aus sich selbst hinausgeführt worden und hat viele Dinge im Schlaf gesehen, die er zuvor niemals im Wachen gesehen hatte? Es gibt im mittelalterlichen Kirchenrecht aber auch Stellen, in denen die Wirksamkeit der magischen Praktiken unterstellt wird. Einig war man sich im Klerus, dass gegen den Aberglauben mit Kirchenbußen vorgegangen werden musste. Die schärfste Form der Kirchenstrafe war der Ausschluss aus der kirchlichen Gemeinschaft und damit der Gesellschaft überhaupt. Für die vielen leichteren Fälle, wozu auch Magie zählte, gab es ein breites Repertoire von Bußen. Bei schwereren Vergehen die Pflicht zu einer kostspieligen und möglicherweise gefährlichen Wallfahrt und, am häufigsten, das Fasten über einen bestimmten Zeitraum. Ein eherner Grundsatz des Kirchenrechts lautete, dass ein reuiger Sünder Anspruch auf Milde die Chance zur Besserung hatte. Dieses modern klingende Prinzip, das auf Resozialisierung verweist, fehlte im weltlichen Recht. Hier waren, wie schon im römischen Staat, Leibesstrafen an der Tagesordnung bis hin zum Verbrennen von Zauberern. Das weltliche Recht des Mittelalters kannte also bei Schadenzauber kein Pardon. Nicht aus dem römischen Recht stammt die sogenannte Wasserprobe. Sie ist mit den christlichen Gottesurteilen vergleichbar. Man glaubte, wenn die Frauen mit Dämonen im Bunde wären und daher fliegen könnten, würden sie von dem natürlichen Element, dem Wasser, abgestoßen und daher, sogar gefesselt, an der Oberfläche schwimmen. Die relativ moderate Behandlung des Aberglaubens durch die mittelalterliche Kirche hing auch damit zusammen, dass ihr der Gedanke an eine Verschwörung von Teufelsanbetern, eine Sekte von Hexen, zunächst fremd war. Aber Ansätze in dieser Richtung waren gegeben. Zum einen durch die Verfolgung der Juden, die aufgrund der Pestwellen seit 1348 als Sündenböcke herhalten mussten. Zum zweiten durch die Verfolgung zweier Gegenbewegungen gegen die etablierte Kirche, die im 13. Jahrhundert aufgekommen waren, die Katara und Valdensa. Ihnen wurde die Verehrung des Satans unterstellt, dem sie Opfer darbrächten, den sie anbeteten und mit dem sie Geschlechtsverkehr hätten. Die neue Hexensekte war die Kopfgeburt gelehrter Juristen und Theologen des 15. Jahrhunderts. Das bekannteste Beispiel ist der Hexenhammer, ein Handbuch für Hexenrichter verfasst von dem päpstlichen Inquisitor Heinrich Institoris Kramer. Es erschien 1487 im Druck und erlebte bis ins 17. Jahrhundert zahlreiche Neuauflagen. Luthers Reformation hat in der juristischen und in der theologischen Einschätzung des Hexenglaubens nicht viel geändert. Schadenzauber war für den Wittenberger Reformator ein todeswürdiges Verbrechen. Wie die meisten mittelalterlichen Theologen hielt er dagegen nichts von der Vorstellung des Hexenflugs und Hexensabbats. Im Jahr 1562 begann in Deutschland das Zeitalter der großen Hexenverfolgungen mit 63 Hinrichtungen in der Grafschaft Helfenstein zwischen Stuttgart und Ulm. Die Hysterie infizierte auch Westfalen und Norddeutschland. Eine Massenpanik schien die protestantische Stadt Osnabrück ergriffen zu haben. 1583 wurden 121 Personen, fast ausschließlich Frauen, hingerichtet. Ende der 80er Jahre erfasste eine noch größere Panik das katholische Erzbistum Trier. Auslöser war plötzlich eintretender Frost, der die Weinernte vernichtete. Auf der Suche nach Sündenböcken stellte sich der Weihbischof Peter Binsfeld an die Spitze der Verfolger. Die Lehre von Hexenflug und Hexensabbat, der Glaube an eine verschwörerische Hexensekte, führte zu lawinenartig ansteigenden Prozess- und Opferzahlen. Unumstritten war die Hexenverfolgung nie. Aber im ersten Drittel des 17. Jahrhunderts behielten in Deutschland die Verfechter eines harten Kurses die Oberhand. Katholische und evangelische Verfolgungsbefürworter bestätigen sich in ihrer Meinung. Erst eine neue Generation von Fürsten in Deutschland besann sich eines Besseren, so zum Beispiel der Mainzer Erzbischof Johann Philipp von Schönborn. Nach einer Anekdote hatte Schönborn damals noch als junger Domherr Pater Friedrich Spee kennengelernt und war von ihm über das unmenschliche Wesen der Hexenprozesse aufgeklärt worden. Daher habe er nach seinem Amtsantritt in Mainz alle Hexenprozesse in dem Erzbistum untersagt. Nicht alle Gerichtsinhaber und Juristen schlossen sich dieser skeptischen Haltung an. So unentschieden war auch die Lage im Hochstift Paderborn in jenem Jahr 1657, als sich Bischof Dietrich Adolf hilfesuchend an Papst und Kardinäle in Rom wandte. Dämonische Besessenheit bricht aus Es begann im Frühjahr 1656 in Brackel. Der Ort in der Nähe von Paderborn zählte ca. 1400 Einwohner. Nach heutigen Maßstäben ein Dorf, für damalige Verhältnisse eine Stadt mit allem, was dazugehörte. Stadtmauer, Rathaus, Marktplatz, Pfarrkirche bewohnt nicht nur von Ackerbürgern, sondern auch von Kaufleuten und Handwerkern. Zwei junge Frauen im Alter von 16 bis 20 Jahren, die Halbschwestern Clara Finken und Katharina Manneken, Töchter eines Handwerkers, verhielten sich abnorm. Sie gestikulierten wild, verdrehten die Köpfe, zogen die Schultern hoch, Finger und Arme zitterten und aus den Mündern kam ein Grunzen wie von Schweinen, die die Erde nach Nahrung durchwühlten. Eltern, Nachbarn und bald die gesamte Bürgerschaft waren entsetzt und ratlos zugleich. Wie konnte man sich das Verhalten von Clara und Katharina, die bis dato unauffällig gewesen waren, erklären? Vier Deutungen wurden diskutiert. These 1 Die Mädchen wurden von den Seelen Verstorbener gequält. These 2 Die Schwestern waren krank. Diese beiden Erklärungsversuche konnten sich nicht durchsetzen. These 3 Die Schwestern waren vom Teufel besessen. These 4 Die Mädchen simulierten ihre Besessenheit, waren also in Wirklichkeit Betrügerinnen. Die Menschen der frühen Neuzeit stellten sich die Frage, wie die Teufel in die Körper hineingelangen konnten. Dabei fanden sie vielfach dieselbe Antwort wie bei anderen unerklärlichen Katastrophen. Böse Menschen mussten dahinterstecken. Personen, die mit dem Satan im Bunde standen, daher über magische Fähigkeiten verfügten und somit ihre Mitmenschen quälen konnten, also Hexen. Das leuchtete vielen Brakeler Bürgern ein, denn die Mädchen sagten es ja selbst. Sie schrien, Katharina Mayer, die Magd des Bürgermeisters Heinrich Möhring, sei eine Teufelshure, sie habe ihnen die Dämonen in den Leib gezaubert. Wie Priester sich gegenüber teuflischer Besessenheit zu verhalten hatten, war seit 1614 im Rituale Romanum festgelegt. Das war eine Sammlung von Regeln, die den katholischen Geistlichen die zu vollziehenden Riten vorschrieb. Darin waren drei empirische Kriterien angegeben, anhand derer echte Besessenheit festgestellt werden sollte. Erstens, das Wissen um Dinge, die dem Besessenen eigentlich unbekannt sein mussten. Zweitens, die Beherrschung unbekannter Sprachen. Drittens, übergroße Körperkräfte. Man entschied die Schwestern einem Test zu unterziehen. Für die Durchführung sorgte ein Pater des Kapuzinerklosters in Prakel. Pater Antonius nahm die Mädchen in der Klosterkirche in Empfang. Sie mussten den Eindruck gewinnen, dass nun ein regelrechter Exorzismus vorgenommen werde. Pater Antonius benetzte die Besessenen, so sah es aus, mit Weihwasser, er schien zu beten, dazu Weihrauch zu verbreiten und Gebeine von Heiligen vorzuzeigen. In Wirklichkeit aber besprengte er sie mit Bier, gebrauchte sinnlose Worte, entzündete Pech und hielt ihnen Schafsknochen entgegen. Es kam jetzt darauf an, wie die Besessenen reagierten. Steckten in ihnen tatsächlich Dämonen, so erkannten diese den Betrug, die verborgenen Dinge, aber nichts dergleichen. Die Mädchen reagierten wie Besessene, deren Bösegeister den Exorzismus fürchten. Sie gerieten in höchste Aufregung und neue Anfälle erschütterten ihre Körper. Damit war klar, Teufel waren hier nicht am Werk. Diese hätten den frommen Betrug durchschaut und sich nicht von einigen banalen Requisiten ins Boxhorn jagen lassen. Ebenso negativ fiel der zweite Teil des Tests aus, die Überprüfung der Erkenntnis Fremder den betreffenden unbekannter Sprachen. Pater Antonius sprach die vermeintlichen Dämonen auf Latein und Französisch an. Auch hier war das Ergebnis negativ. Keine Kenntnis Fremder Sprachen, abgesehen von einigen lateinischen Brocken aus dem kirchlichen Bereich. Die dritte Methode der Nachweis übergroßer Körperkräfte wurde gar nicht erst versucht. Stattdessen teilte Pater Antonius den Mädchen auf handgreifliche Art mit, was er von ihnen hielt. Er verprügelte sie. Damit war jedoch das Problem nicht aus der Welt geschafft. Nicht nur, dass die Schwestern weiterhin krampfartige Anfälle bekamen, dieselben Symptome zeigten sich nun auch bei anderen Mädchen, alle etwa gleichaltrig. Ende April war ihre Zahl auf sieben angewachsen. So bekamen trotz der ablehnenden Haltung der Kapuziner alle die Auftrieb, die teuflische Besessenheit diagnostiziert hatten. Für die Anhänger der Besessenheitstheorie erwies es sich daher als ein Glücksfall, dass im Hochstift ein Exorzismusexperte lebte, der Jesuitenpater Bernhard Löper, Professor der Theologie an der Universität in Paderborn. Nachdem man ihn über die Fälle in Brackel informiert hatte, reiste er dorthin. Löper kam zu der Überzeugung, es handele sich um echte Besessenheit. Da der Professor sich nicht für längere Zeit aus Paderborn entfernen konnte, veranlasste er, dass als erste die Halbschwestern Clara Finken und Katharina Maneken in die Stadt an der Pader gebracht wurden. Anfang Mai 1656 begann er mit den Exorzismen in der Kapelle des heiligen Bartholomeus neben dem Paderborner Dom. Es war ihm daran gelegen, die Öffentlichkeit an den Teufelsaustreibungen teilhaben zu lassen. Löper ließ bei allen seinen Teufelsbeschwörungen ein Protokoll anfertigen und von Zeugen unterschreiben. Demnach sprach er die üblichen Gebete, Lesungen und Beschwörungsformeln aus dem Rituale Romanum. Die erste dieser Aufforderungen lautet Ich gebiete dir, wer du immer sein magst, unreiner Geist, und allen deinen Gesellen, welche in diesem Diener Gottes sich aufhalten, dass du deinen Namen, den Tag und die Stunde deines Ausfahrens durch irgendein Zeichen ankündigest, und dass du mir, dem obwohl unwürdigen, Diener Gottes in allem gehorsam seist und weder dieses Geschöpf Gottes noch die Anwesenden oder ihre Güter auf irgendeine Weise belästigest und beschädigest. Dann kommen, nach einigen Gebeten, die eigentlichen Beschwörungsformeln. Satan, du Feind des Glaubens, du Gegner des menschlichen Geschlechtes, du Ursache unseres Todes, du Räuber unseres Lebens, du Hasser der Gerechtigkeit, du Wurzel allen Übels, du Zunder aller Laster, du Verführer der Menschen, du Verräter der Völker, du Stifter des Neides, du Ursprung des Geizes, du, der Vater des Unfriedens, du Hervorbringer aller Schmerzen, was verweilest du und willst widerstreben, da du weißt, dass Christus, der Herr, deine Gewalt vernichtet? Ihn fürchte, der in Isaak geopfert, in Josef verkauft, im Lamme erwürgt, als Mensch gekreuzigt worden und hierauf die Hölle besiegt hat. Im Folgenden gibt der Priester das Kreuzzeichen auf die Stirn des Besessenen. Weiche also im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gib Raum dem Heiligen Geiste, Kraft dieses Kreuzzeichens Jesu Christi, unseres Herrn, der mit dem Vater und demselben Heiligen Geist lebt und regiert, Gott in allen Ewigkeiten. Amen bekräftigen die Anwesenden. Der Schluss lautet Weiche, du Verführer! Die Wüste ist dein Aufenthalt. Deine Wohnung ist die Schlange. Stürze nieder mit Schmach und Schande auf den Boden. Dir ist kein Augenblick zur Zögerung vergönnt. Siehe, der allbeherrschende Herr nahet schnell. Feuer wird vor ihm her aufglühen und alle seine Feinde ringsher verzehren. Wolltest du auch den Menschen täuschen, den Herrn kannst du nicht betrügen. Gottes kannst du nicht spotten. Er selbst treibt dich aus, vor dessen Augen nichts verborgen ist. Er selbst verjagt dich, dessen Allkraft die Welt unterworfen ist. Nach einigen Tagen konnte Löper einen Erfolg verbuchen. Den ersten gelungenen Exorzismus bei einem der Brakeler Mädchen, Katharina Manneken, der Jüngerin der Halbschwestern. Dem Protokoll zufolge begann der höllische Geist so heftig in dem Mädchen zu wüten, und seine Glieder durchzuschütteln, dass sieben kräftige Männer nicht in der Lage waren, sie zu bändigen. Indirekt ein Hinweis auf das empirische Kriterium, wonach übernatürliche Körperkräfte auf Besessenheit schließen lassen. Nach den Gebeten berührte der Exorzist den Mund des Mädchens mit seinen beiden Daumen, darauf mit Reliquien des heiligen Ignatius, des Gründers des Jesuitenordens. Deren Kraft konnte der Dämon nicht lange aushalten. Deswegen warf er den Menschen mit einem fürchterlichen Stoß auf den steinernen Fußboden. Das Mädchen lag dort eine halbe Stunde lang, ohne einen Hauch, einer Toten gleich. Löper berichtet weiter, Endlich kam Katharina wie eine, die aus einem tiefen Schlaf erwacht ist, zu sich. Sie erhob sich von selbst, ohne Fremdes dazutun wie früher, stand da, ruhig, ohne sich an den Sturz zu erinnern. Sie wunderte sich wegen der Leute und des Ortes und wusste nichts von all dem, was gesagt und getan worden war. Auch nach acht Tagen, in denen sie beobachtet wurde, spürt sie keinerlei Anfechtungen eines bösen Geistes. Nicht so erfolgreich war Löpers Exorzismus an Katharinas Schwester Clara Finken. Sie wurde von einem stummen Geist geplagt. Der Dämon sprach nicht aus ihr, leistete aber gegen alle Austreibungsversuche hartnäckig Widerstand. Trotzdem war Löper über den gelungenen Exorzismus an Katharina Manneken hoch erfreut. Auch wenn die meisten Mädchen einen stummen Geist hatten und sich nur durch Gestik oder Mimik äußerten, reichten diese Verständigungen Verständigungsmöglichkeiten aus, um dem Exorzisten und den Zuschauern mitzuteilen, worin angeblich die Ursachen der Besessenheit bestanden. In einem Pakt zwischen Hexen und Teufeln. Durch magische Einwirkung mit Hilfe von Getränken oder Speisen seien die Dämonen in ihre Opfer eingedrungen. Dabei wurden die hexerischen Peiniger beim Namen genannt. Zum einen Katharina Mayer, die Magd des Bürgermeisters Möhring. Zum anderen, und das war neu, ihr Dienstherr, Heinrich Möhring selbst, sowie der Guardian, der Vorsteher des Brakeler Kapuzinerklosters, als den die Mädchen Pater Egidius angaben. Der Vorwurf der Hexerei hatte sich also ausgedehnt, von der Dienstmarkt hin zu zwei der prominentesten Einwohner Brakels. Für die Kapuziner verstärkte sich aber aufgrund dieser Angaben die Gewissheit, dass hier keine Teufel am Werk waren. Denn der belastete Pater Egidius war zu jener Zeit nicht mehr Guardian, sondern lediglich dessen Stellvertreter. Diese feinen Unterschiede hatten die Mädchen nicht wahrgenommen. Für die Mönche aber stand fest, dass der Teufel, sofern er wirklich in den Besessenen steckte, über die wahren Verhältnisse im Bilde wäre. Ihre Unkenntnis entlarvte die Mädchen als Simulantinnen, nach Überzeugung der Kapuziner und anderer skeptischer Beobachter. Löper war anderer Ansicht. Er betonte, die Mädchen hätten durchaus bewiesen, dass sie wirklich von Dämonen gequält wurden. Sie hätten Kenntnisse des Hebräischen, Griechischen und Lateinischen und sie hätten heimliche Sachen offenbart, auch gewusst, was man anderswo getan, was zukünftig gewesen oder zu selbiger Zeit über drei Meilen Wegs geschehen vorhergesagt. Wurden eigentlich nur Frauen als Hexen verfolgt? Nicht alle Opfer waren Frauen und nicht alle Verfolger waren männlichen Geschlechts. Unter den Angeklagten befanden sich im Durchschnitt ein Viertel bis ein Drittel Männer. Kinder wurden nicht grundsätzlich von der Todesstrafe verschont. Richtig ist, dass die Prediger die Richter und die Folterer Männer waren, aber Frauen und Männer bezichtigten im Vorfeld der Prozesse ihre Mitmenschen der Hexerei. Abwegig ist die Behauptung, die Opfer seien vor allem weise Frauen, also Hebammen und Kräuterfrauen gewesen, deren geheimes Wissen Kirchen, Ärzte und Apotheker ausrotten wollten. Intrige und Aufruhr Im Spätsommer 1656 stagnierten die Exorzismen. Löper war es nicht gelungen, die circa sieben besessenen Mädchen dauerhaft von ihren Dämonen zu befreien. Anfang September unterbrach er die Exorzismen für eine Weile. Die Mädchen kehrten nach Brackel zurück. Doch das verschärfte nur noch die Situation. Die Besessenen wurden immer gewalttätiger. Zum Beispiel warfen am 8. September drei von ihnen einem Ehepaar die Fensterscheiben ein. Die Ehefrau war wahrscheinlich eine Schwester der Inhaftierten Katharina Meyer. Auf jeden Fall galt die Angegriffene den Mädchen als eine Hexe, die an ihrem Unglück mitschuldig sei. Der Hexereivorwurf ging also langsam über die Gruppe der drei zuerst benannten Möhring, seine Magd und Pater Egilius hinaus. Auch der Ratsherr und Stadtkämmerer Ferdinand Dufus wurde Zielscheibe der Besessenen. Löper wurde in seiner Rolle als Teufelsaustreiber erneut aktiv. Am 18. Oktober schrieb er an Bischof Dietrich Adolf Was ich gegen diese Dämonen versuche, scheint vergebens zu sein, wenn nicht andere Mittel angewandt werden. Als solches Mittel schlug er vor, dass Katharina Meyer wegen ihrer Verstellung scharf verhört werde. Scharfes Verhör bedeutete Folter. Der Bischof und seine Räte reagierten darauf nicht. Katharina Meyer blieb zwar inhaftiert, ein förmliches Verfahren kam aber nicht in Gang. Da der Landesherr immer noch keine Verfolgung in Gang setzte, kam nun erstmals öffentliche Kritik gegen ihn auf. Die Verzweiflung angesichts der unveränderten Besessenheit der Mädchen und zugleich die Bereitschaft zur Gewalt sprechen noch stärker aus einer Äußerung von Stoffelmaneken, dem lautstärksten der Väter besessener Mädchen. Er verstieg sich zu der Drohung, da es innerhalb wenig Tagen mit ihren Kindern sich nicht ändern würde, wollten sie dieselben von Paderborn wieder nach Brakel bringen und nach ihrem Gefallen wüten lassen und würde Mord und Totschlag daraus entstehen. Der Brakeler Stadtrat, der dies am 18. Januar empört an Bischof Dietrich Adolf meldete, bat den Landesherren zugleich, Mannequins Frevelmut und Vorsätzlichkeit gebührend zu bestrafen. Eine völlig neue Dimension eröffnete sich aber mit dem zusätzlichen Antrag nicht allein gegen Katharina Mayer, sondern auch gegen ihre Komplizen, wenn dadurch die armen besessenen Kinder könnten erlöset werden, die heilsame Justiz leiden, die Unschuldigen aber sich zu erfreuen haben. Zu den Komplizen gehörten neben den Kapuzinern und einigen einfachen Bürgern der Bürgermeister Heinrich Möhring und der Stadtkämmerer Ferdinand Dufus. Eine Mehrheit ihrer Kollegen denunzierte sie beim Landesherrn als Hexenmeister und verlangte ihre Bestrafung, was nur Hinrichtung bedeuten konnte. Als treibende Kraft der Polarisierung stellte sich dabei der zweite Düwecken heraus. Im Zusammenspiel zwischen ihm und Pater Löper nahm eine Intrige ihren Lauf, die für Möhring und besonders für Dufus katastrophale Folgen hatte. Am 8. Februar 1657 wütete der Teufel vor allem in Clara Finken. Der Exorzismus in der Kapelle brachte keine Beruhigung, sondern die schon bekannten Anklagen gegen die aus der Sicht der Mädchen Hauptschuldigen in Prakel, den Kapuziner Gardian, Möhring, Dufus und Katharina Meyer. Neu war, dass die Brakeler über diese Aussagen eine Bescheinigung erhielten, unterschrieben und besiegelt von Löper und zwei Zeugen. Löper fertigte das Schreiben noch in der Kapelle aus und gab es der Bürgerdelegation aus Brakel. Möhring und Dufus gehörten dem Stadtrat des Vorjahres an. Dieser wurde bei wichtigen Entscheidungen von den amtierenden Ratsherren hinzugezogen und im Allgemeinen im übernächsten Jahr wiedergewählt, sodass die Mitglieder tatsächlich jedes zweite Jahr im Amt waren. Nur bei schweren Vergehen wurden sie nicht erneut berufen oder sogar aus dem Amt gejagt. Genau das widerfuhr Möhring und Dufus am 10. Februar unter tumultartigen Umständen. Bürgermeister Düwegen kehrte mit Löpers Protokoll in der Tasche in seine Heimatstadt zurück. Dort mobilisierte er die Bürgerschaft. Während er sich selbst dabei geschickt im Hintergrund hielt, übernahmen für ihn vier Bürger diese Aufgabe. Unter ihnen Stoffel Manneken und ein weiterer Vater eines besessenen Mädchens. Sie beriefen mit dem üblichen Glockenschlag eine Bürgerversammlung vor das Rathaus. Löpers Text mit den massiven Hexereibeschuldigungen gegen Möhring und Dufus wurde verlesen. Jetzt hatte man es schwarz auf weiß. Genau genommen waren zwar nur die Behauptungen der Mädchen aufgeschrieben worden, doch infolge von Löpers Lehre und seiner Unterschrift mussten viele glauben diese Aussagen entsprechen der Wahrheit. Die Teufel hätten zugegeben, die genannten Personen seien wirkliche Hexenmeister. Die Wirkung war abzusehen. Die empörte Bürgerschaft stürmte das Rathaus. Zu ihrem Glück wurden Möhring und Dufus nicht angetroffen. Stattdessen warf man die Sitzkissen von ihren Ratssesseln aus dem Fenster. Ein symbolischer Akt, mit dem sie für abgesetzt erklärt wurden. Immerhin vergriff man sich nicht direkt an Möhring, Dufus und dem Kapuziner, die weiterhin in Brackel wohnten. Düwecken, der Drahtzieher der Aktion, war sich darüber im Klaren, dass seine beiden aus dem Amt gejagten Ratskollegen Um dem rechtzeitig etwas entgegenzusetzen, schrieb er am 20. Februar an die bischöflichen Räte. Er verteidigte darin die Absetzung der beiden Ratsmitglieder und bat die Behörde darum, dies zu bestätigen. Eine Überlegung darin gab dem Hexereivorwurf eine neue Grundlage. Düwecken wies daraufhin bei der Hexenverfolgung ein Jahr zuvor, in Brackels Nachbarstadt Höxter, seien Möhring und seine Magd von Angeklagten und später hingerichteten Hexen besagt, das heißt als Mittäter angegeben worden. Denunziationen durch geständige Hexen waren in den Augen vieler deutscher Juristen des 17. Jahrhunderts ein hinreichender Grund, einen Verdächtigen zu verhaften, zu foltern und so ein Geständnis zu erpressen, dem unweigerlich das Todesurteil folgte. Das galt sogar für bisher unbescholtene Personen in höheren Positionen, wie etwa Möhring und auch der geistliche Status eines Kapuzinerpaters konnte diesen nicht unbedingt vor einem Hexenprozess bewahren. Die bischöflichen Räte reagierten unverzüglich. Sie schrieben an den Magistrat der Stadt Höxter. Dessen Antwort war negativ. Im März 1655 hatte zwar ein Angeklagter verschiedene Personen besagt, darunter aber nur zwei mit Namen, diese wohnten in Höxter. Dementsprechend erhielt Düwecken von den bischöflichen Räten einen abschlägigen Bescheid. Musik 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 Der Bischof im Zweifel Heinrich Möhring und Katharina Meyer waren fürs Erste gerettet. Aber der Landesherr Bischof Dietrich Adolf blieb unter Druck, etwas Wirksames gegen die besessenen Plage zu unternehmen. Seine bisherige Passivität erklärte sich aus Unsicherheiten in der theologischen Beurteilung der Fälle. Einerseits war er sich nicht im klaren, ob die Mädchen wirklich von Dämonen gequält wurden oder ob sie dies nur simulierten, wie die Kapuziner meinten. Andererseits stellte sich selbst bei echter Besessenheit die Frage, ob den Beteuerungen der Dämonen, sie seien durch bestimmte Personen in ihre Opfer hineingehext worden, zu glauben war. Gleiches galt für ihre Behauptung, sie würden nur durch die Hinrichtung der Hexen und Zauberer ihre Gewalt über die Mädchen verlieren. Bischof Dietrich Adolf war so gewissenhaft, dass er in dieser diffizilen dogmatischen Frage von mehreren kompetenten Stellen Gutachten einholte. Um den Jahreswechsel 1656-57 wandte er sich an die höchste Autorität der katholischen Kirche, an den Papst und die Kardinäle des Heiligen Offiziums, also die obersten Glaubenswächter in Rom. Von Vorteil war, dass der Paderborner Domherr Ferdinand von Fürstenberg als Kämmerer und Vertrauter Papst Alexanders VII. täglich persönlichen Zugang zum Oberhaupt der katholischen Kirche hatte. Die Kardinäle des Heiligen Offiziums verwiesen den Paderborner Domherrn an einen Exorzismusexperten, einen Dominikaner Pater. Dieser nahm sich einige Tage Zeit, die Paderborner Akten zu studieren und gab dann ein Gutachten durch die breite Erzählung eines Falls teuflischer Besessenheit, den er selbst behandelt hatte, warnte er vor einer leichtfertigen Anwendung des Exorzismus. Die Versuche der angeblichen Dämonen mit dem Exorzisten Kontakt aufzunehmen und ihn gegen die vermeintlichen Hexen einzuspannen, seien energisch zurückzuweisen. Stattdessen müsse der Geistliche die sichere Zuversicht ausstrahlen, er werde die Teufel austreiben. Dies habe er aber an die Bedingung zu knüpfen, die Patienten müssten hierbei mithelfen und den festen Willen haben, die Plage loszuwerden. Die Besessenen erschienen hier nicht als bloße Opfer finsterer Mächte, sondern ihnen wird die Kraft und der Wille zugetraut, sich dem Bösen zu widersetzen. Dabei helfen das Beichtgespräch, die Predigten, sowie das Vertrauen auf die Sakramente der Kirche und die Fürsprache der Heiligen, insbesondere Marias. Dietrich Adolf war bereit, in diesem Sinne das Problem der Paderborner Besessenen anzugehen. Zunächst einmal sollten die Teufelsaustreibungen nicht mehr in aller Öffentlichkeit vollzogen werden. Und überhaupt sollten die Besessenen einer seelsorgerischen Betreuung in einer ruhigen, abgeschirmten Atmosphäre zugeführt werden. Dazu ordnete der Bischof an, die bisher bei Paderborner Bürgern wohnenden Mädchen aus Brackel in ein Hospital einzuweisen. Für die Unterbringung, Verpflegung und Beaufsichtigung wollte er Mittel und Kräfte bereitstellen. Die Exorzismen sollten in der zum Hospital gehörenden Kapelle abgehalten werden. Löper wehrte sich dagegen heftig. Doch Dietrich Adolf hielt an der Anordnung fest. Mehr noch, er begann sich nach geeigneten Priestern umzusehen, die fortan in seinem Sinne die Mädchen betreuen sollten. Denn er hatte den Eindruck gewonnen, dass Löper eher bereit wäre, sein Exorzistenamt niederzulegen, als unter den neuen Bedingungen weiterzuarbeiten. Angesichts des bischöflichen Widerstands gab Löper vor, von seinem Exorzistenamt zurückzutreten. Damit folgte er auch einer Anordnung des päpstlichen Nuncius in Köln. Mit seinem Rücktritt hätten nun entsprechend den römischen Anweisungen erfahrene Seelsorger, wie die Brüder des Franziskaner Ordens aus Münster, sich der Besessenen annehmen und die Situation beruhigen sollen. Tatsächlich nahmen die Ereignisse einen anderen Verlauf. Binnen Jahresfrist wurden im Hochstift Paderborn mehrere Dutzend Personen wegen Hexerei angeklagt und hingerichtet. Diese unerwartete Entwicklung ist auf einen taktischen Kniff Pater Löpers zurückzuführen und auf die Art und Weise, wie er seinen Rücktritt gestaltete. Am 28. April 1657 tagte in Paderborn in der bischöflichen Kanzlei unweit des Doms das Ständeparlament des Hochstifts, der Landtag. Er bestand aus drei Abteilungen, dem Domkapitel mit seinen 24 adeligen Mitgliedern, den im Lande ansässigen Adeligen sowie den Bürgermeistern als den Vertretern ihrer Städte. Da das Fürstbistum wie alle geistlichen Herrschaften im Reich nicht absolutistisch regiert wurde, hatten die Stände ein Mitspracherecht in der Landespolitik. Einberufen wurden sie vom Landesherrn. Bischof Dietrich Adolf nahm persönlich an der Sitzung teil. Im Vorfeld war die Brakeler Delegation von ihrem Stadtrat verpflichtet worden, das besessenen Problem zur Sprache zu bringen. Da die mehrfachen Petitionen an den Landesherrn ungehört geblieben waren, sollte jetzt mit Hilfe der drei Landstände Druck auf den Bischof ausgeübt werden. Doch Adolf wahrscheinlich kaum zu einer Abkehr von seiner bisherigen Zurückhaltung bewogen. Dies erreicht zu haben, war das Verdienste Löpers. Er mobilisierte die Straße. Der Exorzist ließ seine Schäfchen zu der alten Stätte seines Wirkens, der Bartholomäus-Kapelle neben dem Dom kommen. In seiner Abschiedsrede teilte er ihnen mit, das Domkapitel habe die weitere Benutzung der Kapelle untersagt, daher könne er ihnen seine Hilfe nicht mehr jedem, der sich an ihn wende, gern jegliche Barmherzigkeit erweisen. Und jetzt das Entscheidende. Wenn sie einen besseren Rat wollten, so verweise er sie an höhere Stelle. Wer mit dieser höheren Stelle gemeint war, brauchte Löper nicht zu erklären. Sofort verließen die Besessenen die Kapelle und liefen zur Kanzlei, gefolgt von einer so großen Menschenmenge, dass der weite Kanzleihof sie gerade fassen konnte. Dort, unter den Augen des Bischofs, seiner obersten Beamten und der Stände, also der politischen und gesellschaftlichen Führungsschichten des Hochstifts, bekamen die Besessenen ihre tobsuchtartigen Anfälle. Dabei schrien sie Dietrich Adolf und seinen Mitarbeitern ins Gesicht. Sie zeigten bei der notwendigen Hexenverfolgung nicht den gebührenden Eifer, sie seien träge. Der Vorwurf stand im Raum. Der Bischof ist ein Hexenanwalt. Der Vorwurf und die Form, des herbeigeeilten Volkes, war ein Skandal erster Ordnung. So hatte noch niemand mit einem Bischof von Paderborn, einem Reichsfürsten gesprochen. Die tumultartigen Zustände grenzten an Aufruhr, an Rebellion. Die Mädchen konnte der Bischof nicht verantwortlich machen, denn es schien ja so, als sprechen nur die Teufel aus ihnen. Bischof Dietrich Adolf bezweifelte das zwar, aber unabhängig von dieser Frage war klar, dass Löper derjenige war, der durch die Umstände seines Rücktritts die Reaktion seiner Schützlinge provoziert hatte. Der Jesuit hatte damit einen Stein ins Rollen gebracht, der sich in den nächsten Tagen zu einer Lawine ausweitete. Die Brakeler Besessenen kehrten bis auf drei in ihrer Heimatstadt zurück, aber sie wurden mehr als ersetzt durch die sich explosionsartig vermehrenden Besessenheitsfälle hätte man in Paderborn schon 30, ebenso viele in Brakel und Ende Juni, Anfang Juli war ihre Zahl in der Stadt an der Pader auf 150 und im übrigen Hochstift auf 100 angewachsen. Der Papst schaltet sich ein Die Scharen von Besessenen waren nicht zu bändigen und wurden schlimmer als vorher die Brakeler Mädchen gegen die vermeintlichen Hexen und Zauberer aggressiv. Sie schlugen Fensterscheiben ein, bezichtigten Bürger und Fremde der Hexerei und kündigten an, ganz Paderborn werde in Asche gelegt, wenn nicht endlich die Hexen auf den Scheiterhaufen kämen. In dieser aufgeheizten Stimmung entschloss sich der Landesherr Jedermann zu zeigen, dass er kein Hexenanwalt war. Dietrich Adolf ordnete eine Hexen Inquisition für Paderborn und Brakel an. Damit erhielten die Richter in Paderborn und Brakel den Auftrag nachzuforschen, das heißt vor allem durch die Befragung von glaubwürdigen Bürgern, wer ernsthaft wegen Hexerei verdächtigt werden müsse. Der Bischof von Paderborn wurde die Geister, die sein Exorzist gerufen hatte, nicht mehr los. In dieser verfahrenen Lage entschloss er sich abermals Rom durch einen genauen Bericht sowie durch die Übermittlung der Exorzismus Akten zu informieren und zu konsultieren. Sein Adressat Ferdinand von Fürstenberg wandte sich wunschgemäß an Papst Alexander VII., wie aus seinem Antwortschreiben vom 18. August 1657 hervorgeht. Hochwürdigster und gnädigster Fürst, Euren Brief vom 26. Juli mit den Dokumenten, die den Fall der Paderborner Besessenen betreffen, habe ich erhalten. Und da neulich im Kolloquium bei seiner Heiligkeit das Elend in Paderborn zur Sprache gekommen war, ordnete seine Heiligkeit an, dass ich den Band mit den Dokumenten gestern zu ihm brachte. Er erlas darin, in meinem Beisein und unter den Augen anderer mit großem Eifer und schien sich nicht wenig wundern zu können und zwar über die Einfalt der Leichtgläubigen auf der einen und die Bosheit und Verstellung auf der anderen Seite, schließlich auch über die Ignoranz derjenigen, die solche Akten, die in vieler Hinsicht unbrauchbar und ohne vernünftige Kenntnis des Rechts angelegt seien, geschrieben hätten. Denn überall fehlten rechtmäßige Beweise und notwendige Tatsachenfeststellungen, wenn nämlich meistens das vorausgesetzt werde, was strittig sei, zum Beispiel wenn einmal gesagt werde, der Teufel hat die Glocke geläutet, die Kerze gelöscht, er hat dieses oder jenes getan. Dem werde eine Handlung des Teufels zugrunde gelegt, obwohl noch gar nicht sicher sei, dass der Teufel dahinter stecke. Denn es sei weder von der erkenntnisfremder Sprachen noch anderer Zeichen die Rede, sondern immer nur von Nicken und Gestikulieren, was auch von einer Person, die den Teufel in sich simuliert, getan werden kann. Ferner wird dort immer behauptet, der Teufel habe dem Exorzisten gehorcht, aber es fehlten Angaben, denen man entnehmen kann, dass ihm eher der Teufel als der Besessene, der den Teufel vorspiegelt, gehorcht hat und das getan hat, was man ihm befahl. Ich hielt es für wichtig, dies euer Gnaden mitzuteilen, sodass man demgemäß eine Lösung findet. Dem juristisch geschulten Alexander VII. fiel neben den Mängeln in der Anlage der Akten ein grundsätzlicher gedanklicher Fehler auf. Statt die Besessenheit nachzuweisen, setzte man sie als gegeben voraus. Denn die Indizien waren bei nüchterner Betrachtung alles andere als überzeugend. Auch wurden die Kriterien des Rituale Romanum, wie der Nachweis fremder sprachen, nicht zugrunde gelegt. Natürlich zu erklärende Dinge wie plötzliches Erlöschen einer Kerze deutete man als Einwirken und Zeichen des Teufels. Kurz, der Exorzist und die Protokollanten waren voreingenommen. Alexander VII. zeigte sich in keiner Weise davon überzeugt, dass es sich um echte Besessenheit handelte, sondern hielt Simulation für möglich. Und ohne dass dies ausgesprochen werden musste, war klar, auf einer so dürftigen Basis war kein Hexenprozess zu begründen. Selbst für den Fall, dass es sich um echte Besessenheit handelte, verfolgte Rom andere Prinzipien als die Exorzisten in Deutschland. Dies geht aus zwei Gutachten des Dominikaner Parters hervor, an den sich Ferdinand von Fürstenberg auf Anraten der Inquisitions Kardinäle gewandt hatte. Nach dem Studium der Paderborner Akten empfahl er ein Verfahren, das den Maximen Pater Löpers diametral entgegen stand. Als erstes sind die gewalttätig werdenden Besessenen an einem sicheren Ort in Ketten zu legen und darauf von einem klugen Exorzisten mit sanften Worten und voll von Barmherzigkeit zu unterweisen und zwar in folgenden Punkten. Sie sollen keineswegs den bösen Geistern glauben, die suggerieren, sie könnten den Körper nur verlassen, wenn die Hexen und Zauberer gefangen oder getötet würden. Zur Vorbeugung sollen die Nicht Besessenen ermahnt werden, weder Teufel noch Hexen, Zauberer oder irgendwelche Teufelswerke zu fürchten. Sie sollen im Glauben fest sein und wissen, dass der Teufel immer Böses in Menschen bewirkt, die Angst haben. Der heilige Chrysostomus sagt nämlich, viel größer als alle Macht des Teufels ist die Größe der Traurigkeit. Denn der Teufel überwältigt den, der traurig ist. Wenn du das beseitigst, wird er niemandem etwas anhaben können. Der Vertreter der römischen Kirche vermehrte also nicht etwa die Angst vor der Hölle und ihren Bewohnern. Er suchte sie vielmehr abzubauen durch Weckung des Vertrauens und der Zuversicht auf die Gnade Gottes, aber auch die Fähigkeiten des Menschen selbst, sich dem Bösen, das von ihm Besitz ergreifen will, zu entziehen. Statt Hexenjagd lautete der Rat Gottvertrauen. Damit vertrat Pater Michael Angelo die Position, zu der sich seit dem 16. Jahrhundert Päpste und Kardinäle in der Hexenfrage durchgerungen hatten. Schadenzauber, Teufelspakt und Hexenflug sind möglich und kommen manchmal vor, aber bei der Verfolgung und Bestrafung ist äußerste Vorsicht geboten. Die letzten großen Prozesswellen waren in Norditalien um 1520 zu Ende gegangen. Auch einzelne Verfahren endeten im 17. Jahrhundert kaum noch mit einem Todesurteil. Umso erstaunter war der Kardinal Francesco Albizzi über das, was er bei einer Reise durch Deutschland 1635-36 erlebte. Noch Jahrzehnte später erinnerte er sich mit Schaudern daran, dass sich unseren Augen ein fürchterliches Schauspiel bot. Außerhalb der Mauern mehrerer Dörfer und Städte waren unzählige Pfähle errichtet, an die gefesselt arme und überaus bedauernswerte Frauen als Hexen von den Flammen verzehrt worden waren. Dass insbesondere frauenmagische Praktiken aller Art betrieben, war dem Inquisitor Albizzi wohl bekannt. In Italien sahen aber er und seine Kollegen dabei in den meisten Fällen keine Teufelsbündnerinnen am Werk, sondern harmlose Zauberinnen, die erst durch die Blindheit der Richter zu Verkörperungen des absolut Bösen hochstilisiert wurden. Und noch mehr empörte die Italiener die allen Grundsätzen eines fairen Prozesses widersprechende Verfolgungspraxis in Deutschland, wo man das Hexen Ungeziefer mit Feuer und Schwert ausrotten wollte. Justizmord und Totschlag Roms vorsichtige Haltung in der Hexenfrage wurde 1657 nicht so deutlich nach Paderborn übermittelt, dass sie die ins Rollen kommende Prozesslawine gestoppt hätte. Ferdinand von Fürstenberg beschränkte sich bei der Übermittlung der vatikanischen Position auf die theologische Beurteilung von Löpers Exorzismen und die seelsorgerischen Vorschläge. Hunderte von Besessenen oder auch nur die Rädelsführer im Sinne der römischen Ratschläge zu therapieren, erforderte einen großen personellen und sachlichen Aufwand über Monate und länger. Da schien dem unsicheren Bischof der Vorschlag der Radikalen und seinen Gelehrten mit Feuer und Schwert gegen die Hexen vorzugehen und so die Ursache allen Übels auszurotten, schnelleren Erfolg zu versprechen. Dies nicht ohne Grund, denn im Spätsommer und Herbst 1657 gelang Löper mit seiner Theorie scheinbar der Durchbruch. Zum ersten Mal wurden in Paderborn Personen angeklagt und hingerichtet, die von Besessenen als Hexen diffamiert worden waren. Auch in Brackel wurden im November 1657 drei Frauen und ein Mann wegen Zauberei zum Tode verurteilt und hingerichtet. Im Sommer 1658 folgten ihnen fünf Frauen und ein Mann in den Tod. Insgesamt wurden im Hochstift Paderborn zwischen 1657 und 1659 ungefähr 60 Personen als vermeintliche Hexen und Zauberer getötet, die meisten nach einem förmlichen Gerichtsverfahren. Circa zehn Menschen wurden von Besessenen auf offener Straße umgebracht, quasi gelüncht. Neben diesen Fällen von Selbstjustiz erregten der Prozess und die Hinrichtung des Stadtkämmerers Ferdinand Dufus das größte aufsehen. Löper beschrieb dessen Exekution mit einem Unterton von Zufriedenheit, war doch damit einer der Hauptgegner seiner Schützlinge aus dem Weg geräumt. Jenem Ferdinand, den ein Teufel namens Ferdinand oft besagt hatte, wurde wegen des Verbrechens der Zauberei nach der Verhängung des Gerichtsurteils der Kopf abgeschlagen und zusammen mit dem Rumpf zwischen zwei aus Holz angefertigten und aufgestellten Wölfen verscharrt. Dieser Mann gehörte dem Stande der Ratsherren in Bracl an. Dufus war also als Wehrwolf getötet worden. Der Anklagepunkt stellte eine Sonderform der Hexerei dar, die nur Männern angelastet wurde. Angeblich verwandelten sich diese Zauberer mit Hilfe ihres Verbündeten des Teufels in Wölfe und rissen in dieser Gestalt die Schafe ihrer Mitmenschen. Auffällig ist, dass neben Dufus auch die Ehefrau von Stoffel Manneken und damit die Mutter der beiden führenden Besessenen Clara Finken und Katharina Manneken hingerichtet wurde. Es drängt sich der Verdacht auf, dass die Richter es allen recht machen wollten. Sowohl die Gruppe der Besessenen bzw. ihrer Angehörigen als auch die von ihnen diffamierten vermeintlichen Hexen hatten Opfer zu beklagen. Noch mehr Aufsehen als diese Justizmorde erregten Zauberern. Am Freitag, den 2. August 1658 rotteten sich in dem Städtchen Borgentreich acht Männer zusammen und schlugen eine Frau zunächst mit großen Knüppeln ganz blutig und ermordeten sie endlich in ihrem eigenen Haus ganz jämmerlich. Fünf der Täter brachten zusammen mit zwei anderen am folgenden Sonntag außerhalb der Stadt eine Frau um. Zwei der an den Taten der Vortage 6. August einen Mann aus einem Nachbardorf im Hause eines Adeligen in Borgentreich im Beisein der Edelfrau tot. Bischof Dietrich Adolf setzte gegen die Totschläger Militär ein. Am 8. August erhielt Kapitänleutnant Franz de Fonte den Befehl die Täter festzunehmen und auf die bischöflichen Burgen Dringenberg und Wewelsburg zu bringen. Die Verhöre der Angeklagten brachten das Ergebnis dass sie keine persönlichen Beziehungen zu den Opfern hatten. Zum Teil kannten sie sich gegenseitig kaum. Insbesondere lebten sie miteinander nicht in Feindschaft. Den Mördern war lediglich zu Ohren gekommen dass es sich um Hexen handele. Bischof Dietrich Adolf unter dessen Augen dieses in der deutschen Rechtsgeschichte wohl einmalige Strafverfahren ablief muss sich in der juristischen Würdigung des Falles sehr unsicher drei der Angeklagten. Noch im Juli 1660 also nach fast zwei Jahren waren sie in Untersuchungshaft. Die Prozessakte schließt mit dem 6. Juli 1660. An diesem Tag teilten die bischöflichen Räte den drei Inhaftierten mit der darauf folgende Samstag sei der Tag der Exekution. Die Hinrichtung dürfte vollstreckt worden sein auch an weiteren fünf Besessenen die an solchen Morden beteiligt und entwürdigender Strafen verhängte man gegen andere als Simulanten erkannte Besessene. Der Bischof ließ vier Personen unter Schlägen des Landes verweisen. In einem Fall wurde eine Frau wegen der Schwere ihrer falschen Beschuldigungen und ihrer Angriffe zusätzlich auf Lebenszeit gezeichnet. Auf ihre Backen wurde gebrannt ein Galg und Schwert durch Henkers Hand. Im Herbst 1658, zweieinhalb Jahre nach dem Ausbruch des rätselhaften Teufelswerks etwa drei Monate nach seinem Höhepunkt der Hexenverbrennung in Brackel kam die Wende. Sie zeigte sich am 6. Dezember 1658 in einer spektakulären Aktion der bischöflichen Räte. Sie ließen mit dem üblichen Zeichen, dem Läuten der Glocke, die Bürgerschaft Brackels auf das Rathaus rufen. In der Ratsstube rollten sie in aller Breite die Geschichte der Intrige um Mörings Absetzung auf. Die bischöflichen Räte verkündeten den Bürgern, dass die Zwietracht im Dorf durch Aussagen der Besessenen gesät worden sei. Diesen Aussagen sei aber von Rechts wegen nicht zu trauen. Gemeint war die tumultartige Verlesung von Löpers Exorzismusprotokoll im Frühjahr 1657 auf Veranlassung von vier Bürgern, die zur Absetzung von Bürgermeister Möring und Kämmerer Dufus geführt hatte. Anschließend vernahm die Bürgerschaft den Wortlaut des Briefes, in dem die Stadt Höxter den bischöflichen Räten auf Anfrage bescheinigt hatte, dass dort kein Bewohner Brackels als Hexe besagt worden war. Als Ergebnis ihrer Untersuchungen verkündeten die Doktoren Hansche und Brickwedde, dass auf bloße solche der besessenen Aussage ein ehrlicher Mann seiner Ehre, soll ja Aussagungsschriften zu viel Unrecht geschehen. Der Staatssekretär hielt weiter im Sitzungsprotokoll fest. So haben obgesagte vier in Gegenwart der städtischen Ratskollegien und der Bürgerschaft öffentlich auch erklärt, dass Bürgermeister Möhring und anderen von ihnen Unrecht widerfahren sei und besagten Bürgermeister Möhring darum inständig gebeten, ihnen solches aus christlicher Liebe zu verzeihen, welches dann derselbe auf Zusprechen anwesender Herren Räte und Darbietung erwähnter Vieren handendlich getan und geschehen lassen. Ob Möhring sich wirklich erst jetzt erweichen ließ oder ob die ganze Szene nicht zwischen den Hauptakteuren von vornherein so abgesprochen war, ist letzten Endes unerheblich. Jedenfalls war die mehrfach betonte christliche Liebe keine Floskel. Nach christlichem Verständnis hat ein geständiger und reuger Sünder Anspruch auf Verzeihung. Der Frieden wurde symbolisch durch den Handschlag zwischen Möhring und seinen vier Gegnern bekräftigt. Möhring begnügte sich nicht mit der Wiederherstellung seiner persönlichen Ehre, sondern war bestrebt, dass auch seine Freunde, d.h. die Kapuziner und die als hexendiffamierten Bürger rehabilitiert wurden. Aber was war mit dem als Wehrwolf hingerichteten Ferdinand Dufus und den anderen verbrannten Hexen? Der Name des fünf Monate zuvor getöteten Stadtkämmerers fiel in der Bürger- und Ratsversammlung nicht. Indirekt wurde aber an seinen Fall erinnert, denn in dem nun als Lüge klassifizierten Teufelsbrief war er in gleicher Weise wie Möhring verleumdet worden. Zu mehr als zu einer solchen Entlastung reichte es nicht. Mit dieser Version konnten die Paderborner Juristen, die Dufus mit Zustimmung des Bischofs hatten hinrichten lassen, gerade noch leben. Denn sie dürften sich mit einem Hinweis darauf gerechtfertigt haben, dass sie Dufus offiziell gar nicht aufgrund der brakelschen Intrigen, sondern auf der Basis von Besagungen geständiger Hexen zum Tode verurteilt hatten. Wenigstens war Möhring glänzend rehabilitiert worden. Die Lage in Brackel beruhigte sich damit entscheidend. Die Kapuziner wurden zwar noch einmal im Januar 1659 behelligt, als vier Besessene einen in der Pfarrkirche die Messe zelebrierenden Pater angriffen, aber der Guardian Pater Maternus erwirkte sogleich bei Bischof Dietrich Adolf eine wirksame Anordnung. Die immer noch in Brackel aggressiv werdenden Besessenen sollten festgenommen und in strenger Haft gehalten werden. Nur dreimal pro Woche erhielten sie Wasser und Brot. Diese harte Maßnahme führte nach Darstellung der Kapuziner dazu, dass die meisten Besessenen sich beruhigten und das sogar ohne Exorzismen. Die Ursachen der Besessenheit Besessenheit findet sich nicht nur in christlichen Kulturen. Sie ist wie die Magie ein universales Phänomen. Meist tritt sie bei Einzelpersonen auf, manchmal aber bei größeren Personengruppen. Eine kollektive Epidemie, wie sie zwischen 1656 und 1658 das Hochstift Paderborn erfasste, grassierte 1609 im spanischen Baskenland. 1669 in Nordschweden und 1692 im nordamerikanischen Salem. Dutzende von Kindern und Jugendlichen behaupteten von Teufeln gequält zu werden, die ihnen von bestimmten Mitmenschen in den Leib gezaubert worden seien. In allen Fällen kam eine große Hexenverfolgung in Gang. Im katholischen Spanien wurde sie durch die Inquisition gestoppt, nachdem elf Menschen auf den Scheiterhaufen gekommen waren. Im lutherischen Schweden verbrannte man 84 Erwachsene und 15 Kinder, im puritanischen Massachusetts 19 Personen, zumeist Erwachsene. In Schweden und im Baskenland behaupteten die Kinder und Jugendlichen, die Hexen hätten sie verführt, mit ihnen zum Hexensabbat zu fliegen und sich dort den Teufeln hinzugeben. In Salem, Massachusetts, sprachen die jungen Mädchen dagegen unter Krämpfen von Visionen. Für die Umstehenden unsichtbar erschienen ihnen die Hexen, bestimmte Nachbarn und quälten sie. Diese beiden Varianten der Besessenheit tauchen in den Paderborner Fällen kaum auf. Von Visionen ist fast nie die Rede und keine der Besessenen behauptete von sich aus, sie sei von anderen verleitet worden, sich dem Teufel hinzugeben. Stattdessen meldete sich aus ihnen immer wieder der Dämon durch Reden oder als stummer Geist durch Gebärden. Anscheinend wurden geradezu ängstlich Selbstbezichtigungen vermieden, ein erstes Indiz dafür, dass die Paderborner Besessenen in der Lage waren, ihr Verhalten bis zu einem Gewissen gerade zu steuern. Ein zweites Argument für die These, die Besessenen handelten wenigstens zum Teil bewusst, ist ihre Lernfähigkeit. Als sich Löper ihrer annahm, verstanden sie schnell, worauf es dem Jesuiten ankam, nämlich auf die Rechtfertigung der katholischen Dogmen, insbesondere vom Priestertum und entsprechende Angriffe auf die konfessionellen Gegner. Drittens gaben manche Besessenen selbst zu, ihren Zustand simuliert zu haben. Sie nannten dafür verschiedene Motive. Zum Beispiel erklärte eine Frau ihr Verhalten damit, sie habe auf diese Weise erreichen wollen, vorzeitig aus ihrem Dienst als Markt entlassen zu werden. Andere Besessene spekulierten auf das Mitleid ihrer Mitmenschen und erbettelten sich beträchtliche Zuwendungen. Andererseits ist nicht zu widerlegen, dass viele sich für wirklich besessen oder zumindest für vom Teufel und von Hexen verfolgt hielten. Überhaupt sind die Grenzen zwischen bewusstem Betrug, Selbstsuggestion und Verfolgungswahn fließend. Unerklärliche Krankheiten wurden auf Schadenzauber und Besessenheit zurückgeführt. Die Besessenheitslawine kam erst in Gang, als der Paderborner Professor Löper mit seiner Autorität die im Volk vorhandene Dämonenfurcht bekräftigte und zu einer allgemeinen Hysterie steigerte. Ohne sein Auftreten wäre es bei Einzelfällen geblieben. Die Besessenheit war vornehmlich ein Problem heranwachsender Mädchen. Psychohistorische Untersuchungen sind dabei zu interessanten Ergebnissen gekommen. Besessenheit war demnach für die betroffenen Frauen eine versteckte Form des Protestes gegen Vernachlässigung und Benachteiligung und zwar in einer gesellschaftlich akzeptierten Art und Weise. Eine psychologische Deutung legen die Angaben zum Lebenswandel der beteiligten jungen Frauen in Brackel nahe. Dafür spricht zum Beispiel die Strategie der besessenen Magd Eva Behlen. Als sie von einem Knecht, mit dem sie zusammen in Diensten stand, ein Kind erwartete und ihr Zustand bekannt wurde, versuchte sie sich zu entlasten, indem sie die Schuld auf den Teufel bzw. auf dessen Verbündete Bürgermeister Mörings Magd Katharina abwälzte. Diese habe ihr in einem Stück Kuchen den Dämon in den Leib gezaubert. Daher habe sie die Kontrolle über sich verloren und sich dem Mann hingegeben. Psychische Faktoren erklären aber nur einen Teil des Phänomens. Wie bei anderen Hexenverfolgungen spielen in Brackel persönliche und politische Rivalitäten zu Beginn des Jahres 1656 verliefen die Fronten in Brackel auf zwei Konfliktherden. Zum einen standen sich die ratsfähige Oberschicht und die übrige Bürgerschaft gegenüber. Zum anderen weckte der zunehmende Einfluss der Kapuziner Neid und das Gefühl zurückgesetzt zu werden. Die Bürgerschaft fürchtete eine zunehmende Steuerbelastung. Es handelte sich um einen Verteilungskonflikt, nicht um einen weltanschaulich religiösen Dissens. An der Schnittstelle beider Konfliktbereiche stand Bürgermeister Möhring als geistlicher Vater der Mönche und zugleich als maßgeblicher Vertreter der Ratsoligarchie. Daraus erklärt sich, warum er bei den besessenen wirren Zielscheibe wütender Angriffe wurde. Dennoch triumphierte nicht die eine Partei über die andere, sondern Angehörige beider sich bekämpfender Gruppen endeten auf dem Scheiterhaufen. Bischof Dietrich Adolf verfügte schließlich nicht über die Selbstsicherheit und die Autorität, um den Fanatikern in allen Schichten der Bevölkerung, die eine Hexenjagd forderten, das Maul zu stopfen. Der Druck der Straße blieb auf ihn nicht ohne Wirkung, wie er selbst in seinem vertraulichen Brief an Ferdinand von Fürstenberg zugab. Einerseits wurde ich von meinem Gewissen daran gehindert, in unüberlegter Weise gegen die von dämonischer Stimme beschuldigten Hexen vorzugehen, andererseits wurde ich von dem Volksempfinden dazu angetrieben, und mitten dazwischen stand ich, von allen allein gelassen bei dem Versuch, diese vulgäre Meinung zu unterdrücken, die sogar von Leuten unterstützt wurde, auf deren Rat und Frömmigkeit ich angewiesen war. Somit setzte er die juristische Maschinerie in Gang, was fast unausweichlich zu rund 50 Hinrichtungen führte. Eine erschreckend hohe Zahl, aber immer noch zu wenige in den Augen von Radikalen, wie die Fälle von Lünch-Justiz zeigen. Erst langsam setzte das Umdenken ein, der Gedanke, dass die Besessenen am besten mit einer Mischung aus Seelsorge und Sicherungsverwahrung zu resozialisieren waren.